Ja, ähm, Leute, hi! Ja, irgendwie hat's das Video jetzt abgebrochen, weil mein PSG dachte, ja, das machen wir jetzt nur 30 Minuten lang, nicht länger. Deswegen machen wir jetzt hier einfach weiter. Ganz einfach, da machen wir doch nicht lange rum. Finde ich jetzt. Deswegen machen wir jetzt hier einfach weiter. Ohne große Begrüßung, es geht jetzt einfach weiter. Er macht weiter, ohne große Begrüßung und ohne große Begründung. So ist es. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Bruni, ich bin grad kurz davor, ähm, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Kampagne durchzuspielen. Alles klar. Er läuft bei dir. Ah, wie gesagt, wir machen jetzt hier mal so eine kleine Verfolgungsjagd. Mit einem Wegrammer. Hm. Gib mir hier mal die Köderkiste. Gib die doch jetzt her. Ja. Jetzt hau mal ab. Jetzt müsste eigentlich hier gleich die... Da ist die Bulli Sai. Bulli Sai. Die kriegen... Die kriegen jetzt aufs Maul. Da hätt ich mal was sagen. Ja, schon mal richtig Schaden gemacht. Gib den richtig. Ja. Die haben's verdient. Ja, haben sie. Der eine ist einfach gegen den Pfostenquahn. Ja, dann haben sie's wirklich verdient. Sorry. Alter, den hab ich wegrammt. Noch einer gegen Pfosten? Ja, das war ein richtiger Pfosten, Alter. Ich mach jetzt hier... Ich fahr jetzt hier extra einen Umweg. Das mach ich nämlich immer. Ich fahr jetzt hier einfach so einen Umweg. Dann kann ich viel länger Polizeiverfolgung machen. Das ist so schlau eigentlich. Ausgeschalten. Kommen jetzt überhaupt noch neue? Ist jetzt nur einer hier. Alter. Sterb doch mal jetzt. Es ist einfach nur noch ein Auto jetzt hinter mir. Und das ist so dumm, es fährt... Alter. Okay, jetzt kommen wieder ein paar Persons. Persons? Paar Persons? Oh, jetzt bin ich mal gegen den Pfostenquahn. Aber der eine ist mir so stark hinten drauf. Ich verstehe erst mal. Oh, jetzt bin ich blind. Der eine? Ich bin gegen den Pfostenquahn, aber der eine ist mir so schnell hinterhergefahren, und mir hinten aufgefahren, dass er gestorben ist. Das ist so belastend. Das ist belastend. Ja. Au. Das ist Pech einfach, wenn er mir so hinten auffährt. Das heißt ja nicht umsonst Sicherheitsabstand, ne? Ich dachte, das heißt Sicherheitswegstand oder so. Weiß ich nicht, ich kann kein Deutsch. Wer bist du überhaupt, Junge? Wer bist du? Ich bin Tyler. Ne, jetzt krieg ich grad Chess. Chess heißt die. Ich bin ein Mädel. Im Auto die Polizei Autos wegrammt. Und ich bin der Leo. Das ist schön. Die Polizisten fahren einfach in die komplett falsche Richtung. Die fahren einfach da hoch. Und der Weg geht da lang. Die fahren einfach da hoch. Die ziehen komplett durch. Hier, guck. Die fahren hier hoch. Diesen Weg hier. Diese Straße. Und die Straße geht einfach da. Wenn du sagst, hier guck, dann seh ich das nicht. Das kommt später im Video. Jetzt kommen hier keine Polizeiautos mehr. Hier kommen keine Polizisten mehr. Soll ich jetzt hier warten oder was? Ah, jetzt kommt wieder einer. Ja. Die wollen jetzt hier wieder aufs Maul. Dann gib ihn. Ja, mach jetzt auch. Gib ihm die Plätze, die wieder Stoff, baby. Gib ihm. Das war schön grad. Alter, er driftet einfach oben, um hier vorne rein zu fahren. Ich fahr ihm viel heftiger rein. Und ihn haut's Beutels richtig weg. Alter. Schwitter fährt mir einer hinten drauf und ist zur Hälfte hier. Warum sind die alle so unhöflich? Ich weiß nicht. Das sind böse Männer. Sicher, dass es alles Männer sind? Nee. Oh mein Gott, ich muss den Polizeifunk einschalten. Dann ist es viel lustiger. Ähm, Polizeifunk. Hä? Könnte ich mal den Polizeifunk jetzt hier mal. Ruhi, drei Duellen noch. Sie sagt, er hat uns gerammt. Äh, irgendwas, keine Ahnung, ich hab's nicht ganz gehört. Zielperson hat uns gerammt. Mayday, Mayday. Wir wussten, wir haben ein Problem. Unser Wagen ist kaputt. Brauchen neue Primäreinheit. Wer übernimmt euch neue Primäreinheit. Er bitte Meldung. Alter, Sublita, er fährt mir hinten drauf. Ganz langsam. Zielfahrzeug hat angehalten. 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 Er sagt so, der entwischt uns nicht mehr. Die Zielperson ist weiterhin flüchtig. Zielfahrzeug hat angehalten. Ich hab' ihn. Zielfahrzeug hat angehalten. Ich hab' ihn. Und dann zwei Sekundenfilter. Zielperson ist mir entwischt. Oh Gott, ich stell' mir das grad so richtig depressiv vor. Alter. Ich hab' ihn. Zielperson ist mir entwischt. Ich fahr' ihn. Alter, der Wagen ist so krass. Ich fahr' ihn einfach zweimal rein und er ist kaputt. Oh, das läuft. Das ist er. Er fährt mir schon wieder hinten rein. Er ist schon wieder zur Hälfte tot. Was machen die denn immer alle? Was machen die immer in ihrem Leben eigentlich? Ich mach' jetzt. Ich zieh' jetzt hier nen Donut. Oh ne, das war dumm. Ich glaub' ich fahr' mal langsam in Richtung Ziel. Wär' vielleicht ein intelligenter Buch. Komm, fahr' gegen den Pfosten. Schade. Gegen den Pfosten, du Pfosten. Ja. Na, was fahr' ich hier für Slalom eigentlich? Das ist so dummer Move einfach. Versuch' die Zielperson festzunageln. Versuch' die Zielperson festzunageln. Oha. Zentrale hier, Nickel 1-30. Könnt' sie mir einen Abschleppwagen schicken? Könnt'... Hier, Adam 1-2-13 oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Könnten sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ganz stumpf einfach so. Ach, jetzt krieg' ich langsam mal ein paar Dellen vorne drin. Vorne drinnen. Vorne drinnen. Drift hier rande. Wir brauchen einen Abschleppwagen. Wir brauchen einen Abschleppwagen. Drift zu Stamm. Ach, die brauchen immer so lange, bis sie mal wieder da sind. Wir versuchen einen Ramm-Manöver. Ab die Zielperson gerammt, als ich noch wieder neu fällt. Vor allem, sie sah, also, ich ramme die ganze Zeit ihre Leute weg, ne? Sie sag jetzt, sie sagen jetzt, ich ramme jetzt Zielpersonen, mal gucken, ob sie es wegsteckt. Hä, es gibt gar keinen Sinn. Wie langsam fahren die denn? Hol doch mal auf. Danke, weil die so arsch langsam fahren. Jetzt halten sie an? In den Scheißernst? Oldi hat in dem Spiel keine Challenge mehr. Es ist so. Get good. Ich meine natürlich, get good. Wir sind immer noch in Deutschland. So ist es. Nein, Kaka. Oh mein Gott, war alles gerade knapp. Wenn ich die Frontalrahmen macht irgendwie den keinen Schaden. Verstehe ich nicht ganz. Und dann kratzt sich, Alter, es ist rexen, ich ver... Ne, hast du nicht, okay. Hauptsache, ich finde es so krass, ich fahre frontal voll mit 120 kmh auf die drauf. Mach keinen Schaden, ich mache den, ich fahre, ich fahre dann dran vorbei, weil ich mir den Anlauf holen will. Und ich mache da einfach übelst in Staden. Staden? Staden. Hockt da jetzt eigentlich noch ein Kerl drin? Da hockt jemand drin, aber der chillt, anstatt dass er einfach raussteigt, mich mit einer Waffe bedroht oder keine Ahnung was. Ich kann eben den Kerl stehen, ich mache jetzt mal ein Selfie. Ach das? Das ist eine gute Idee. Ja. Ehrenidee. Da kommen jetzt hier eigentlich noch Polizeisten. Polizeisten? Mhm. Da kommen keine Polizeisten mehr. Polizeisten. Die labern die ganze Zeit irgendwas, dass sie grad da und da sind und dass sie die jetzt übernehmen und dann sind die wieder ausgeschalten, obwohl hier schon seit zwei Minuten keiner, kein Arsch mehr ist. Ja gut. Ich hab grad einfach 20.000 dafür bekommen. Ach ey. Ach ja. Wenn ihr wollt, dass ihr das öfters macht, einfach mal so ein bisschen im Multiman in der Party chillen und einfach mal ein bisschen Need for Speed Gameplay reinballern, dann schreibt's beide die Kommentare. Das Format nennen wir Need for Chill. Stimmt, ja. Ich bin grad aber schon am Hochladen von dem anderen Video, aber ich kann's ja bearbeiten. Ja, ist egal. Need for Chill. Eigentlich geil. Eigentlich schon, ja. Frag sie jetzt, warum ich lach? Ach, das wirst du nur erfahren, wenn du in das Video guckst. Ach Gott, wer macht irgendeine Scheiße. Ich seh's doch ganz genau. In meinen Augen seh ich das doch. Siehst du das in deinen Augen? Ja. Das seh ich. Das war jetzt nicht so gesund. Nicht so gesundlich. Ja. Ah, das macht so Spaß. So was würde ich auch gerne mal in echt. Oh Gott, was tut er denn? Alter. Was macht der Mann? Oh ja. Oh scheiß, jetzt geht er von ihm langsam die Motorhaube auf. Oh scheiß, jetzt geht er von ihm langsam die Motorhaube auf. Alter hier mit seinem AMG gibt er an, der Sack. Decke ich nicht aufs Maul, der Gearbox. Also Leute, ich glaub, ich glaub das war's jetzt mal für das erste Need for Chill. Geh hier noch. Das zweite eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Ich hoffe, diese Art von Video gefällt euch. Ja. Man sieht sich oder hört sich. Mir macht's schon Spaß. Mir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich bitte. Bis zum nächsten Mal. Hade episode. Untertitelung des ZDF, 2020